So, heute wieder ein bisschen Black Ops Time. Ich habe gerade ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde oder so, aber das ist gerade abgebrochen und dann macht das irgendwie nicht Sinn. Ich muss immer hier so neu verbinden und dann gucken wir mal, ob wir jetzt wieder ins Spiel reinkommen. Das ging noch fix. So war die selbe Karte. So war die selbe. Ganahl! Ah, geht er gleich weiter. Nuketown. Oh, ich liebe diese Karte. Ich liebe diese Karte. Also die Waffe ist wesentlich besser als die andere, die ich gerade hatte. Da taucht er mir nix. Obwohl die besser sein soll. Guck mal, ich bin mit der hier wesentlich besser klar. Nuketown. Hardcore Free-For-All. Hardcore Free-For-All. Oh, gut und all. Hardcore Free-For-All. Hardcore Free-For-All. Hardcore Free-For-All. Vielen Dank. Tja, da bringt das Rennen auch nichts mehr. Na, wo ist der? Ja. Ja. Wir kämpfen für den Frieden. Ja. 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 Oh, das ist schon wieder ein Schrauer. Alter, was hab ich für einen Ping? Voll. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab keinen Lauf. Oh, da, ich wusste doch, dass einer hockt dir irgendwo in der Ecke. Oh, Alter. Alter, was geht hier ab? Oh. Aus Versehen irgendwie eingetroffen. Oh, genau. Oh. 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 bursche geht besser geht aber auch schlechter 0,73 ja dieses hochleveln ist immer irgendwie dann warst du schon mal 50 und dann sagst du dir ja ich bin geiler macker ich mach mal prestige jetzt hab ich die scheiße hier ist echt ne gölle karte newtown boah also ich spiel am liebsten diese hardcore modis weil die gegner tendenziell ja ein bisschen eher umfallen tendenziell bin ich hier schon wieder im campers paradise ich hab doch zuerst geschossen was ist mit dir nicht in ordnung und 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 ja die kleinen karten die sind natürlich die hören natürlich alles die spitzen ohren die 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 Oh, also heute läuft das irgendwie nicht. Oh, was du? Da bist du nicht. Hier ist doch irgendwo einer. Das höre ich doch. Wo sind die ganzen Camper hier? Oder spiele ich alleine? Ja. Das gibt es doch gar nicht. Also ich habe ab und zu den Verdacht, dass das HDMI-Kabel nicht schnell genug ist. Dass das Bild einfach viel zu lange braucht. Das kann natürlich auch einfach nur an mir liegen. Die Ausrede ist natürlich ganz gut. 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 Das gibt es doch überhaupt nicht. Die Ausrede ist natürlich ganz gut. Bisschen warm hier. Die Ausrede ist natürlich ganz gut. 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 Ja, ja. Nur ein besser als eins, das ist schon mal gut. So, ich glaube mein Handyakku ist gleich alle, deswegen beende ich das Video jetzt mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, ich bin nicht so ganz im Training drin, aber das wird schon. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.